Jetzt gehen wir uns das einfach mal drücken, jetzt links, rechts, links, dann hier, dann da, dann da, dann da, ja, passt, sagt. Jetzt muss ich auch wieder reingucken, das ist ja auch so, wie beim Korn, gut, vor allen Dingen sehen es immer noch Stränge, die nicht richtig gewachsen sind, aber ich wollte sagen, wir brechen jetzt gleich endlich mal durch, ein Stück Platze hier hinter, dafür die beiden Sachen auf jeden reingucken, wir können neun Stappen reinholen, auch neun Stappen, hier oben hier, wir holen jetzt noch Eisenerz rein, können wir in der Vollam gegen holen, wir können nicht, wir können nicht mehr tun sonst noch, nein, die Steine gehen noch rein, schwerer Daten benannt, ähm, so, ich habe ein Zeug, nehmen wir hier, so, Kies, kann man nicht Kies mit ihm, oh, kann ich über Baumaterialien, nein, nicht irgendwo hier vorne, ja, Zucker, so, jetzt brechen wir mal schnell, was fällt, dann, was fällt, dann kommt das noch, was fällt, dann sind wir, das, das brauchen wir auch, das brauchen wir auch, das brauchen wir auch, das brauchen wir auch, das mal diesen Rotstein finde. Ich möchte den Kontrast machen, wenn wir denn jetzt unterwegs sein sollten, um einfach wieder zurück zu unserer Runde zu finden hier. Flupflupflup. So, das brechen wir in diese Hand. Ist nichts reingefallen. So, jetzt haben wir wieder ein neues zu sehen. Jetzt bekommen wir unser Trick gleich wieder auf die Rote. So, so, so. Jetzt bekommen wir unser Trick gleich wieder auf die Rote. Ich bin so in die... ...und schon zu entdecken oder wie? ...und schon zu entdecken oder wie? Ich bin so in die... ...und schon zu entdecken oder wie? Das sieht's einfach nur so aus. Da, 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 da! So! Jetzt können wir das erste Mal wieder wachsen. Soll mich auch immer wieder dunkel ist. Alles hier. Das geht automatisch so. Dann nehme ich das größte... Das sieht oben. ...und ausmachen wir jetzt... ...und ausmachen wir jetzt... ...und ausmachen wir jetzt... ...65... ...und 3 geht genau auf... Super, haben wir jetzt schon mal einiges am Boot. Von der besagte Rubenstein, ne? Wir sind jetzt aber fertig. Da haben wir keine mehr. Müssen wir ein paar machen gerade. Wollt ihr schon noch zu wenig. Das ist aber immer dabei. Wollt ihr was aufbauen? Ist auch eine Ruhe brutzeln. Es wird doch dunkel. Kann ich euch in der Zeit vielleicht mal zeigen, was ich meine. Diesen komischen Stein hier. Noo, nein. N重sen. N Das ist super. Ja. N 학stern würde ich siehst. Nassuerath. Nassher. So, da sind auf jeden Fall diese Blocke, die ich immer erinnern kann. Das sind die, die ich meinte. Jetzt ist es dunkel. Den habe ich vor, halt dieses Haus hier zu verbessern. Also rein von der Anseligkeit. Anseligkeit. Also rein von der Anseligkeit. Schau doch ab, Mann! Schau doch ab, Mann! Ich muss hier genauso wieder drüben, das ist mir jetzt aber zu blöd, ganz ehrlich. Scheiß Club war echt, ey. Hab ich noch genug Erde? Ja klar, hab ich noch genug Erde. So, direkt noch ein Schwert in die Hand. Zeig ich euch das ganze mal. Sieht dann so aus, also ein bisschen mehr nach Haus. So. 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 what was. So. 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 an die Ecken soo viele habe ich nicht mehr jetzt weiß ich auch viele habe ich schon aber nicht mehr gegen den Stack shhhh erstmal gucken wir mal welche wir haben auch Fakten Sätze neu so hier so 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 Ich habe da einen ecken können, können wir dann auch. Mal sehen, wie die Schellloten sind. So. 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 So short set up only. So, ein bisschen lassen gehe ich mal hier rein und setze die Fackeln wieder. Da ne Föckel, 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 dann kann man da oben hier weg tun. Da ne Föckel, da ne Föckel. Da ne Föckel, da ne Föckel Hier kommt Holz verkleiden eigentlich. So. So. Das sieht wirklich total blöd aus. Wo wir das denn weg machen könnten eigentlich. So. 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 So.